Hä? Wo bist du, Mikey? Drinnen schon. Wie, wat? Keine Ahnung, wir ja gehalten so oft was, wir sind drinnen. Steht da. Bereit, wenn ihr soweit seid? Oh, das hat jetzt das noch jeden Fall. Oh, das ist das noch jeden Fall. Oh, das ist das noch jeden Fall. Oh, das ist das noch jeden Fall. Ach, da. Wolltest du die Mundbilder 1 drinstecken in der Scherzerwehr? Ja. Ja. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Warum hat der jetzt noch mal reingeguckt? Yeah! Fire in the hole! Ich schieße so weit immer als erstes und gebe so weit. Ja, wenn die alle in Flammen stehen, siehst du so wenig. Obst, da rennt er erstmal. Oh, hast du gesehen? Wie er auf dem Haken hat, wie so'n Toter am Seil, oder? Ja, auf ihn! Alter, ob er Haken wurde, Alter, richtig geil. Ach so, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Komplett schnell. Oh, 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 oh! Habe ich gar nicht gesehen, das ist ja ein Geradeschmerz. Da, Heilung. Oh, jetzt bewegt er sich auch noch. Ist doch voll Busche schmissen, Alter. Ja, weil du nicht hier ranfasst. Ich glaube, ob dich jetzt hier. Was ist das? Ja, ich glaube. Was ist das? Ich bin los. Nein, ich bin los. Hat mich so gut, ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Wir. Und ich bin los. Aber es ist das nicht. Oh, interner Speicher für den Drohnen-Stock gefangen. Ey, lass halt die Nüsse da. Umkreise. Vielleicht erst danach. Nachladen. Bossi rechts hinten. Oh, hat er sein Schild fallen müssen. Jetzt versteckt er sich gerade. So. Genau danach. Keine Kästen. Der Fintrack. Tür auf. Hier ist weg. Wo ist wer? Hier, Tür rein. Hier, rechts, links. Rechts, links. Hier, rechts, links. Hier, hier, rechts, links. Hier, rechts. Hier, rechts. Hier, rechts. Hier, rechts. Der ist los da. Oh, was ist das? Oh, da geht's. Das war schön. Dann, äh... Klar, das ist doch... Phosphor. Einfach auf dem Wasser. Das ist ja Benzin. Das war so weit. Phosphor. Der Tresorraum ist da vorne. Der Tresorraum ist da vorne. Wo ist bei ihm vorne? Da vorne, vorne. Da. Ah, mein Schießt nicht da. Nein, wir retten. Da sind wir nicht in der Mitte. Bist du, Bruce Rayne, oder bin ich das? Wow, geil. Drei. Wo wie schreckt die Kaninchen? Nachladen. Ich habe mich weggeschlagen, Alter. Oh, ich bin immer noch am Nachladen. Ey, die habt mir ja keine Deckung hier. Was ist denn los? Du, ich kann mich nirgendswo anlehnen. Entschuldigung, das sind die fetten Moneten. Aber leg mir weg, Alter. Bleib hier stehen, genau hier bei dem Geld. Ja, hier bleiben wir. So ein Haufen, ich steh mal vor, hast du zu Hause. Ich leg mal erst mal den hier auf. Ich hab immer noch einen größeren. Und der hier ist bestimmt leer, wa? Ja, geil. Mit dem Klavier. Adina, was zum Anzeigen? Er findet sich jetzt oben. Heilige Scheiße. Sie haben den Präsidenten aus dem Brack gezogen. Agent, neuer Auftrag. Finden Sie heraus, wo der Präsident ist und holen Sie ihn da raus. Synchronisieren Sie Isaac mit dem Sicherheitssystem der Bank. Da muss ein Rechenzentrum sein. Wo hat jetzt die... Ach, ne. Cooler Schal, nehm ich. Cooler Schal zum Ohren. So wie Schatz, guck mal. Passt mir seit zwölf Jahren, der Schal. Sehne? Sehr okay. Was kommt, lass uns nach oben. Ich bin unterwegs. Aber mir fällt diese Ruhe vor dem Sturm nicht. Kennst du das? Ja. Terminal verteidigen. Okay. Wird jetzt wieder lustig. Wo kommen sie? Oh ja, unten mittig. Oh, der ist ja so ein großer Asi. Da kommt ein hier vorne, da kommt jeder, da kommt jeder, da kommt jeder. Der ist ja jetzt hier los, Alter, 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 Alter. Kommt der denn her. Oh, die sind doch hier im Raum. Oh, der Große ist im Raum. Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Noch keiner hinter euch, die Treppe hoch. Noch jeder, noch jeder. Oh, der Dicke ist hier oben. Der lass runter. Oh, der weiße Schale. Weg dir hin, du Saftzer. Quatsch, hier fehlschlagen? Ah, wir müssen obenbleiben. Wir müssen obenbleiben. Wir müssen obenbleiben. Wir müssen den Terminal verteidigen. Mensch, da war doch die Mission. Ey, haben wir einen vergessen, oder? Beim Sterben die Mission verjessen. Na. Ey, jetzt werde ich ein Schluck trinken. Warte mal. Ich muss nichts warten, komm. 2 Minuten verteidigen. Die Feds. Oh, ich muss noch einen Schluck saufen hier. Flüssig, geil, der da. Kennst du? Wir versuchen es schon wieder bei rechts. Ja, ich stehe hier, ich stehe hier. Ich stehe auf der anderen Seite. Du bist rechts, okay. Ich baller ihn voll in den Rucksack. Ich baller ihn voll in den Rucksack. Er ballert zu mir. Ihr könnt ihn nur in den Rucksack ballern. Er ballert zu mir. Alter, sind das viele, man. Er steht da unten. Da kommt die Horde, kommt ihm hinterher. Ich weiß nicht, wo ist er hin? Was ist denn der Typ? Genau, vor mir kommt er hochgeklettert. Er kommt hier rein, Mann. Er kommt hier rein. Na dann. Ich schwäche ihn gleich. Ich habe alle drin gehalten. Ich habe keine Möglichkeit mehr, wenn man es nachlacht. Hinter uns. Da kommt noch mal einer. Ja. Hinter uns ist sauber. Also erstmal. Wow. Was war das? Ich habe einen neuen. So, wir können jetzt weg, oder? Von dem scheiß Ding. Wow. What? Die jetzt. Ich komme beim Heim schon. Nee, ich schau. Wo müssen wir hin? Zeit. Ach, du Scheiße. Ich sag's noch. Okay, dann ab in den Raum. Bleib da, Keller. Der Sniper ist gleich gut. Der Sniper ist da. Das klingt nicht gut. Habe ich überhaupt ihn verlebt? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich abgebrochen. Ich bin los hier rein. Das ist der Trick. Ich bin los, ich suche ihn gerade verzweifelt. Ich habe den eh so hoch. Bei euch. Geht's einen Weg aus dem Tresorraum, Isaac? Suche nach Ausweg aus dem Tresorraum. Null Treffer. Scheiß Armbanduhr. Schauen wir mal. Wenn Sie die westliche Wand durchbrechen können, finden Sie einen Wartungstunnel. Ob das hilft, weiß niemand. Aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Mehr Herzchen hier, Alter. Das ist ja noch nicht fertig, oder? Doch, doch. Hier, da. Na, ich glaube, wir müssen in der Wand, in der Wand sprengen, oder? Aber wie? Gegenlaufen im Kopf. Wir springen Stoff dran, und ich hängen den da mal rein, und dann rennen wir mal weg. Oh, was ist das denn? Nichts. Ja, genau. Bei einer ist nicht rüber gesprungen, weil ihr werdet neben einer rüber gesprungen seid. Zwischendurch? Nee, noch nicht. Bisschen schneller. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn los? Wo, wo, wer, wer? Ja, weiß ich auch nicht. Hallo. Was willst du hier? Verrückt. Nee, der ist so vollgepackt, der Fein hier mit, der das ja schon überladen hat. Oh, oh. Okay, Resident. Lokalisiert. Oh, dann kommt jetzt hier die Nicht-Speicher-Zone. Ich leide noch mal nach, es geht um sechs Kugeln. Are you ready? Nee, warte mal kurz. Schlimmer, kurz, eine Sekunde. Muss man mal ein Pullover anziehen, jetzt ist hier voll frisch bei mir, wollen wir die Fenster öffnen. Fenster, ein bisschen zu faul zu zumachen. Der Pullover liegt in Reichweite, Mann. Nein, jetzt habe ich die Schnur vom Hälscher zu. Ja, ich hatte die Schnur vom Headset mit durchgezogen, durch den Pullover. So, jetzt geht's ab. So, wer nimmt den großen Kanister da unten? Genau, in dem Moment dreht er sich weg, der Idiot. Der hat er das. Oh, der hat mal eine Granate gerade drin verwarnt. Ich habe auf den Feuerlöscher geschossen. Scheiße. Gleich wieder gelöschtet Feuer. Da hat er noch einer. Ach, das ist der Präsident. Oh. Mann, der ist aber das Lebensmittel. Was ihr sehen, ich habe mich erst mal voll einer eingebaut. Ich will vom Jagdabäher, Alter. Bremsen auf die Bühne. Bockst du da werden, oder was? Nein, ich suche gerade noch Kisten. Okay, nehmen wir da. Na, da? Nee, wir wollen doch nicht da gehen. Ich will erst mal hier die Sachen sammeln. Ich bin's. Ich bin's. Ich zeige dir ein Heli. Und zwar sofort. Verstanden, Mr. Verstanden. Aua, hast du mir gerade angeschossen? Kann sein. Wie geht das? Kein Zugang zum Dach. Ja, quatsch nicht so lange. Mach die scheiß Tür rauf, du Idiot, Mann. Wird aber lässig hier. Müssen wir ohne aufmachen. Ach, ich bin ja Präsident. Ich mach die Tür nicht auf. Ja. Oh, das gefällt mir. Meine Handwaffe ist hot, Lass. Achtung. Wir kommen von oben ins Adringum rein. Wow, was liegt? Hast du den Cheater gerade gesehen? Jetzt liegt er hier auf jeden Fall neben uns, Alter. Vorne im Dreck. Au. Ja, gegenüber, gegenüber. Gegenüber. Also, links von uns. Alter. Alter, ist denn hier los? Ich treffe es aber hier bei Walle, Alter. Also, kann der Heli uns was? Der Wichsfrosch da hinten von der Seite der hätte mir echt hier auf den Nerven, Alter. Und der scheiß Präsident kann ja gar nicht. Jetzt springt er da hoch. Ich hoffe. Eieiei, das hat der Wummel mal. Du Wichsfrosch, Alter. Lass mir Ruhe. Alter. Alter. Keller, Heilung. Warte. Nee, ziehlt. Ja, ja. Das alte Eimer frei. Wo sind die denn? Wir sehen sie. Alles gesichert. Sie können. Los. Lass den Idioten hier. Wir müssen hoch. Alles gesichert. Eieiei, scheiße. Ja, nee. Der feine Hähne. Ja, lass die ruhig Zeit, Opa. Genau. Opa. Los, lass uns die Leiter kacken. Wichser. Shit, Alena. Lass die Wichser da sterben. Nicht mal feuchten Händendruck hat der hier, der Wichser. Er gibt es da drüben halt, bestimmt. Kommt man da rüber? Weg ist er. Nee. Aber hier kommt man runter. Ja, ich bin nur immer hochgeklettert. Oh, jetzt so. Wissen wir da runter? Ja. Ist die Mission schon zu Ende? Nö. Wir waren immer noch nicht in der Nicht-Safe-Zone. Das war's doch, ja. Ach. Na klar, aus der Banken kommt, das war's. Jetzt, jetzt, Warnung, nicht. Neustarter-Zone steht nicht mehr. Jetzt kommt der Boss. Das war's. Boah. Ab in den Keller, Keller. Jo. Oh, oh. Wir haben die Ratten auf. So, auf drei Granate? Wir sehen alle an, oder was? Und dann hauen wir es raus. Granate, alles klar. Ich hab drei, zwei, eins, go. Alter. Nein, ich hab... Weiß nicht mehr an, oder? Ich hab's nicht mehr an, oder? Schatzschatzschützer. Oh, gleich erster Schatzschützer. Hedgehatter, das ist schon der Ding. Oh, und wegesser. Wegswechser. Wegswechser. Oh, hier kommt auch wohl ein Auto rein. Ah, danke. Deswegen stellst du vorne. Dass ihr euch immer hinter Frauenrücken verstecken müsst. Was macht dann mal einer hier? Der soll da die andere Seite rüber machen. Manchmal hat er die Mäuse melken. Oh, die Schafschützen müsst ihr mal machen. Da komm ich nie ran. Was sind denn die? Ach, da oben. Oben, in den Fenstern. Da ist Bossi. Roach. Oh, und dann mal wieder so ein übergepanzerter. Oh, und wer kriegt die Granate ab? Wieder das Mädel, war so klar. Wie kommen die denn alle her, Alter? Oh, 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 oh. Ja, ja, bei der Bein, heile mich, heile mich. Ich bin voll wieder. Achtung, bei euch sind sie hier. Superheil rundherum. Ja, nee, genau, ist klar. Du bist sauer, jetzt wird nichts sauer, aber hier. Das ist meine Granate, nee, so weit schmeißen können. Doch, kann man. Geil, komm, ich pfeffer ihm die nacheinander rüber, Alter. Oh, shit, die war verkackt. Ich muss ja erst mal nachladen, Alter. Kommt der Wichser wieder. Oh, wir haben direkt welche vor uns. So, Granates sind alle. Ja, er ist auch tot. Mikey, Deckung. Ich wollte gerade schmeißen. Komm mal zu mir. Komm mal, Biering, gerade zu mit Granaten, Alter. Hinter dir dann, Mikey. Mikey, was machst du denn schon wieder vor der Deckung? Ey, ich schmeiß dir da die Heilung hin. Mikey. Ich heile dir nicht mehr, also. Oh, da kommt schon wieder Hainis, Alter. Dreckswüchsler, der eigene Roboter ist halt still. Oh, nein. Oh, nein. Schon wieder? Wo ist denn der Wichser? Nein, nachher. Du, Litsch. Alter, du hast noch was, Alter. Nee, einer steuert nach die Autos. Da kommen noch mal neue. Jetzt, ey, er hat bloß noch dein Leben. Aller hat weiter Zeug, ey. Der ist sicher, Frosch, du. Geht doch, Alter. Was ist denn der Autotyp? Bei mir da hinten bestimmt wieder, da stand da vorne auch. Jetzt sind wir aufgescheucht. Boah. Nee, leider nicht. Ich nicht. Fällt wieder, das Haar. Aber eine Fertigkeit, vielleicht. Doch, oh, jetzt, jetzt doch. Oh, sei, äh, warum haben wir jetzt Wehmerfahrung gekriegt? Ach, Sturmaufstieg. Yay. Und sei, schon die Hälfte gleich wieder, ist ja vom anderen Level, Alter. Ist jetzt aber zu holen. Ganz so viele Zeichen, über einmal, ich werde ich sie ja nicht durch. Oh, ich bin voll mit Material. Ei, ei, ei. Oh, wir zerstören hier. Ich krieg ja auch hier Material mehr. Oh, jetzt ist die Sache nie noch. Oh, erschreckt doch mich nicht so. Ich wollte da gerade schießen, ich dachte, das ist jetzt los, ja. War wir da schon, oder? Ja, 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 zum Ausgang. Was ist denn so bekannt vor? Das Wasser aus den Blumen gekommen, wenn ich auf die geschossen habe? So. So. So.